Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Faktorio hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir bauen an einem kleineren Werk in Richtung Förderbänder halt. Und wollen das jetzt sozusagen sicher hier auch mal verstromen und in Betrieb nehmen. Und vielleicht auch belampen. Mal gucken, wo das hier so am günstigsten dazwischen kriegen. Und dann sieht man schon, hier geht schon mal was, da wird schon mal was produziert. Und dann da einen hin und da einen hin. Und dann fangen wir hier unten am besten an. Mal ganz unten anfangen. Ziehen wir hier einfach ein paar Stromausdaten durch. So, ganz in der Mitte brauche ich ja nichts. So, auf den Ecken hier was hingestellt. Und das ist ja auch ein scheiß Netz. So, gerade sollten die Leitungen schon liegen. So, so sieht es gut aus. Und wie wir sehen, hier Eisenplatten werden schon mal ein paar hergestellt. Das läuft schon mal ganz gut nach. So. Dann machen wir den Krempel hier noch. Erstmal dran, damit wir dann hier die Dings herkriegen. Die Zahnräder. So, das sieht ja schon mal alles ganz schick und lecker aus. So, klick, klick, klick und klack. Tick, trick und schrack. Die heißen ja überall anders, ne? Also das ist ja wirklich auch merkwürdig. Einmal gut. Kennt ihr nicht Darkwing Duck? Oh, Darkwing Duck habe ich früher immer so gerne geguckt hier. 2-1-Risiko. Fand ich cool. So, du machst mir dann... Also die sind hier, Eisenzahnräder. So, dann macht ihr mir mal alle Eisenzahnräder hier. Und wenn ihr in volle Produktion geht, ne? Na ja, wir haben eine 4, die das drauflegen. Und hier haben wir 6, die abnehmen, aber keine Stapler sind. Also von daher, aber das sollte gehen. Das sollte gehen. So. Okay, und dann haben wir hier dann die Förderbänder liegen mit den Materialien. Gut, dann nehmen wir das mit und das mit. Ich mache mir mal ein paar von den Signalen. Das liegt aber eher an den Chips jetzt. Ich glaube, da brauche ich noch grüne Chips wieder für, ne? Die Dedel-Di, Dudududu. Habe ich hier keine mehr? Da habe ich keine mehr drinnen. Hier sind noch welche drinnen. Denn meine Robbys, die möchten ganz gerne von den Folgesignalen etliche setzen. Und eigentlich auch von den Strommasten. Habe ich da schon wieder gar keine mehr von? Medium Electric Pole, doch habe ich ein paar von. Äh, gib mir mal die Chang hier. So, dann lege ich da jetzt noch welche ab. Medium Electric Pole. Liegt doch hier aber auch noch. Ein Objekt. Ach, benötigt ein Reparatur-Kit. Alles klar. Gut, aber dann trotzdem. Die 50 Stück, die lege ich hier erstmal noch mit rein. Falls die was machen müssen. So, dann können wir nämlich hier die Signale erstmal rauslegen. Dann können die, Robbys nämlich auch die Signale setzen. Wenn sie denn wollen. Ähm, und das dann auch mal fertig bringen. Gut. Alles klar. So, dann würde ich sagen. Gucken wir mal, wo der Punkt ist für den Punkt. Hm, da. Ähm, wo der Punkt ist für ihn hier. Wer wäre da oben drin? Okay. Das heißt, wir reißen jetzt hier oben mal ein bisschen ab. Da erben wir sehr, sehr viele Förderbänder. Beziehungsweise sehr, sehr viele gelbe, knickarme Roboter. Die würde nachher weiterverwenden müssen. So, okay. Dann sind wir schon mal hier durch. Das ist auch weg. So. Jetzt könnte man sich überlegen, dass wir hier quasi eigentlich einen Knick rumgehen. Oder hier irgendwas machen. Wird eigentlich gar nicht so schwer. Das wäre eigentlich nicht so verkehrt, ne. Also wenn man auf Platz sparen geht, dann kann man das hier jetzt in dem kleinen. Aber wir müssen auch irgendwo den Exportbahnhof dann noch vorsehen. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. So. Das wäre hier mein Gleiswerk. Okay. Äh, da sind auch nicht mehr allzu viele Gleise drin. Dafür haben wir jede Menge von den Signalen jetzt, ne. Damit können die sich dann erst mal ein bisschen zuschmeißen. So. Gut. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. So. Dann lege ich jetzt mal die Eisenplatten erstmal hier rein. Dann haben die Werke da erstmal ein paar Eisenplatten von mir nochmal gekriegt. Aber ich habe nicht allzu viele von der Tasche. Obwohl ein paar in der Tasche haben. Naja gut, wir werden auch noch ein paar einsammeln. So. Steine können wir hier auch einsammeln. Das können wir einsammeln. Das können wir einsammeln. So. Da kriegen wir die ganzen Rohre und alles her. Wolle ich erstmal hier mit rein. Obwohl, warte mal. Die Rohre hier mit rein. Die Kiste. So. Dann haben wir jetzt hier jede Menge Zahnräder. Na gut. So. Also. Wir brauchen jetzt. Fabriken, die das herstellen. Und da brauchen wir bloß zwei Stück. Die quasi. Ah. Da brauchen wir doch noch Eisenplatten. Ah ja. Sehr gut. Okay. Schön, dass wir nochmal drüber geredet haben. Da brauche ich doch nochmal Eisenplatten. Schön, dass wir drüber geredet haben. So. Gut. Heißt also, ich muss hier irgendwo Eisenplatten abzweigen. Und mit durchlegen. Da ich beides dort brauche, kann ich es ja. Naja gut, dann werde ich bereit da mit der Fabrik. Werde ich sowieso, ne. Haben wir ja da auch gehabt. Nun gut. Experiment. Die Fabrik geht weiter. So. Das muss ich da und da herstellen, ne. Hier war Mopse-Kiste für Zahnräder. Oh, die ist auch sehr voll. Sie ist ja voll. Huch. Ähm. Gut. Naja. Schön, dass wir das haben, das Material. Besser, als wenn wir es nicht hätten. So. Heißt also, wir müssen jetzt mal ganz kurz hier aufräumen. So, machen wir mal eine Kiste hier. Moment, jetzt habe ich die Kiste da mit rein gepackt. Dann brauchen wir da auch noch eine Kiste von hinten. So. Das heißt, die Kiste nehmen wir mit und schmeißen Material erst mal hier rein. Zack. So. Dann sind wir da drinnen los. Dann haben wir hier noch so eine Kiste. Wo so Materialien drinnen sind. Hier haben wir eine Kiste, wo Materialien drinnen sind. Hier haben wir eine Kiste, wo Materialien drinnen sind. Und hier haben wir eine Kiste, wo Materialien drinnen sind. Die werden wir dann auch erst mal da hinten rein verfrachten. So, das nicht, das nicht. Oh, das hier. Ah, das muss ich woanders hinlegen. Das und das auch nicht. Aber den Rest können wir dann erst mal lassen. So. Das habe ich hier rein. Dann geht es weiter hier im Text. Erst mal Materialien alles aufsammeln. Ich habe keine... Diese roten Fabriken kann ich machen. Okay, dann kann ich das hier gleich auf rote Fabriken auslegen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Produktion. Ah ja, jetzt sind die Taschen voll. So. Okay, die Dinger müssen hier rein. Die kommen hier rein, die kommen da rein. Die kommen da rein. Die kommen da rein. Die kommen da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und das kommt da rein. Der Rest sind alles Mats und komische Dings. Die können aber hier rein. So. Das hier dann noch hochgenommen. Und dann können wir hier die Materialien noch hochnehmen. Mal schauen, ob da noch irgendwelche Geräte dabei waren. Dann kommen hier noch ein paar Geräte dabei. Dann kommen hier noch ein paar Geräte dabei. Und da ist noch eine Fabrik noch mal. Noch mal ein Knickarm. Dann haben wir zwei Strommasten drin gewesen. Und der Rest kommt da rein. So. Wenn nicht hier auf jeden Fall ist hier schon mal so ein Materialkontainer erst mal entstanden. So. Dann haben wir da oben noch ein paar Sachen, die wir jetzt hier durchsortieren können. Achso. Das ist ja mein Inventar. Hahaha. Hahaha. Ah ja. Sehr schön. Äh. Ja. Achja. Wenn man über sich selber lachen kann, ist immer noch am besten. Ähm. So. Hahaha. Oder nicht. Wenn man sich selber lachen kann, ist immer noch am schönsten. So. Das heißt. Das haben wir jetzt schon mal zumindest hier soweit durch. Dann müssen wir jetzt hier noch ein bisschen verkabeln. Äh. In der Höhe haben wir das hier. Eingekabelt. So. Eingekabelt. 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 So. Sehr schön. Das äh. Könnte mir. Achso. Da steht 1,2 drin. Das könnte mir sogar gut gefallen hier. So. Das heißt. Wir werden jetzt so. Kamerad. Äh. Wo ist er hier? Die. Motoren muss ich dann noch loswerden. Okay. Kamerad Schnüschow hier noch setzen. Äh. Der denn hier jetzt so drinnen dann sozusagen die Funkmacht übernimmt. So. Äh. Der kriegt natürlich auch noch einen Stromanschluss hier erstmal kurz für die Nase gestellt. Ist natürlich auch wieder genau da hingestellt wo man keinen Strom kriegt hat. Okay. So. Dann hat er hier auch erstmal das Funknetz erstmal wieder in Betrieb genommen. So. Der ist jetzt raus hier aus dem Funknetz. Weil ich hier irgendeinen Strommast weggerissen habe. Den ich hätte nicht wegreißen sollen. So. Gut. Dann kommen die nämlich auch wieder hier ran. Die ganzen Robbys. Dann können die nämlich noch was tun. So. Vermissen sie nämlich eh dann nicht viele Teile. So. 200 Gleise habe ich die Gleise hier mit reingeschmissen. Lülülülülü. Ne. Die habe ich da mit reingeschmissen. Okay. Die habe ich selbst in der Tasche. Dann gebe ich die jetzt erstmal frei zur freien Verfügung hier für die Kameraden. Und dann können die damit erstmal ein bisschen was machen. Vielleicht bauen die ja noch was. So. Da haben wir auch jede Menge davon. Sieht schon mal ganz gut aus. So. Also gut. So. Jetzt müssen wir das Eisen trotzdem da nochmal abzwacken. Und mit durchführen zu den Fabriken. Achso. Warte mal. Aber nicht rote Fabriken. Machen wir mit rote Chips. Wollen wir uns das wirklich antun? Alles auf rot? Wenn wir es können. Warum nicht? Wenn wir jetzt einmal dabei sind. Was produziere ich denn dann da? Könnte sein, dass die Förderbänder dann nicht mehr reichen. Wenn ich das alles auf rot setze. Dann brauche ich nur halb so viele Fabriken. Also das ist schon ein enormer Schwung. Das heißt, wenn ich nachher am Ende vier Fabriken davon habe. Dann kann ich ja hier genüsslich auf mindestens zehn stellen. Oder? Ja. Das kriege ich in vier Fabriken hin. Und dann sieht man hier. Dann sind das 55 Eisenplatten, die dafür unterwegs sein müssen. Das ist 25. Okay. Aber 55 Eisenplatten kriege ich jetzt so noch nicht bewegt. Wenn man dann auch noch das andere erhöht. Aber dann bräuchten wir zehn Werke davon haben. Sechs Werke davon haben wir auch. Also das ist nicht das Problem. 13,8 kriegen wir hier glaube ich auch angeliefert ohne Probleme. Da haben wir schon einmal dabei jetzt. Hm. Moment. Habe ich noch eine in der Tasche davon? Hm. Ich habe gerade noch eine in der Tasche gehabt oder? Habe ich die hier reingepappt? Ach, die habe ich hier reingepappt. So, da haben wir vier Stück von sogar schon. Wenn du mir jetzt rote Fabriken machen sollst. Was erwartest du denn von mir? Hm. Hm. Moment. Das soll doch unser Schaden gar nicht sein. Das kriegen wir doch hin. Also du möchtest gerne die Fabriken dafür haben. Du möchtest gerne Stahlzahnräder dafür. Momenten. Hm. Die Fabriken. Wo ist denn Fabriken? Da. Du. Ah, warte mal. Du. Machst mir mal die Fabriken. Und ich kann hier noch ein bisschen davon reinlegen. Oh, da liegt eigentlich jede Menge Zeug drin, was du verbraten kannst erstmal und dann hier in den Kisten legst. Und von mir kriegst du erstmal hier einen Stack davon. Da geht doch schon mal rüber die Katze da los hier. Guck an hier. Zack. Immer rinne ich dir über. So, dann nehmen wir hier ein bisschen so draus. Zack, pappen das dann nochmal rein. Und weil wir ja so günstig noch an Stahlzahnenräder kommen, kann ich da auch noch ein paar von mit holen, die da mit reinpappen. So, und dann kannst du mir hier schön die roten Teile machen. Und dann würde ich sagen, machen wir so, dass wir auf die halbe Produktion gehen. Also das wir zehn ermöglichen, aber dann halt stoßmäßig, aber nicht kontinuierlich. Ich würde jetzt da auf 7,5 gehen, also auf die Transportkapazität davon. Dann sind wir mit 37,5 immer noch ziemlich an der Belastungsgrenze. Also das wird sozusagen dann der Bottleneck in der ganzen Werk. Könnte man aber, könnte man umgehen. Also erstmal, ich brauche ja bloß 4 hier unten. 5, na gut, dann lassen wir 6. Dann lassen wir hier 6. So. Dann machen wir aber hier noch ein paar halbe Rausleger dran. Ich weiß nicht, ob der Rausleger dann noch ausreicht, aber lasst wir mal sehen. Und dann machen wir das folgendermaßen. Und der Teile, der hat 30 Gegenstände in der Sekunde. Nicht gucken. Oh, warte mal doch. Gehen wir hin. Mach mal hier. Gehen wir mal hier drauf. Den lassen wir einfach laufen hier. Und dann kommt hier, müsste hier noch kommen. Und hier kann er immer noch 15 Gegenstände pro Sekunde nach oben tragen. Und wir brauchen... 3,8 da oben. Also das ist fast nichts. Das heißt, das Maximum kommt immer noch hier an. So, und dann setzen wir den noch ein tiefer hier. Dann können wir dann hier jetzt sozusagen... Kann er theoretisch bis zu 30 dann noch das äußerste Förderband legen. Aber... So, und dann haben wir hier sozusagen den Überfluss raustransportiert. Nach oben hindurch. Und können das denn hier oben... Getrost produzieren und auch weiter verbrauchen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, okay. Wir können mal ganz kurz... Okay, dann machen wir das so. Dann haben wir hier 18,8. Dann gehen wir mal zurück und gucken hier. Wenn wir den jetzt hier... Da braucht man ja bei beiden nicht so viel. Da haben wir Output 1 gemacht. Ach, da brauche ich 11. 18,8 plus 11 sind auch genau 30. Da kommen wir genau auf ein Förderband. Okay, da kommen wir genau auf ein Förderband. Dann lassen wir das lieber auf zwei Förderband nennen. Weil wir nämlich hier die Fabriken jetzt auch rot machen. So, gut. Okay. Das heißt, hier machen wir dann auch ein rotes Werk drauf. Pimpen wir das gleich ein bisschen. Kann man ja mal machen, sowas. So, dann pimpel mal den, krimpel ich hier auch gleich mit. So. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. So, dann haben wir da noch ordentliche Produktion von Zahnrädern. Das könnte auch eine ganze Weile Spaß machen. So, habe ich hier gelbe Fabriken noch drin. Hier habe ich. So, dann kriegst du hier immer noch ein paar gelbe Fabriken rein. Du hast noch ein paar rote für mich. Und dann ist das doch auch hier alles sehr, sehr, sehr schön. So, okay. So, hier könntest du dann an den Reinliegern hapern. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Und da müssen wir nur drauf achten. Aber ansonsten sieht das doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt haben wir hier theoretisch einen Verbrauch von. Achso, das kann ich doch danach gucken. Ja, also 12 hier, 12 da, sind insgesamt 24. Das ist so dieses eine Förderband. Und die 24 pro Sekunde kriegen wir hier auf jeden Fall draufgelegt. Heißt aber auch, dass nach alle 50 Sekunden theoretisch ein Zug da sein, muss ja immer wieder bloß diese 1000. Da müssen wir das Ganze nehmen. Na gut. Okay, also haben wir uns dazu entschieden, dass wir das jetzt hier auch noch ein bisschen upgraden. Gleich auf rote Fabriken, damit wir noch ein bisschen mehr Output haben. Und dann sollte jetzt eigentlich der ganzen Sache hier oben nichts mehr im Wege stehen. Wir werden hier oben jetzt die Dingsförderbänder machen. Die nächsten Förderbänder hier oben drüber noch. Und dann werden wir hier wieder drüber gehen. Und dann werden wir uns hier mit dem vereinigen. Und werden dann... Wo mache ich die Stahlzahnräder? Oder wo mache ich den Stahlgelöt? Das kann ich ja eigentlich fast auch linear. Ich könnte es vielleicht versuchen hier aufzubauen, aber dann muss ich hier umknicken. Das sieht nicht so schön aus. Gefällt mir nicht. Den Stahl hier oben drüber jetzt machen, ist ja eigentlich auch... Oder den Stahl kann ich hier oben quer machen, ne? Die Stahlzahnräder. Dann habe ich hier Platz für die Zahnräder... Für die Produktion... Und die gelbe Produktion. Da brauche ich ja diese Zinndinger für. Okay, ja. Dann habe ich hier den Platz und dann haben wir hier oben den Stahl. Und dann kann dann hier hinten das hin, wo das Stahl alles hin muss. Also die ganzen Zahnräder gemacht. Und dann kann das hier alles fertig werden. Und dann können wir dann irgendwo einen Exportbauern aufbauen. Brauchen wir ja nicht, aber theoretisch. Dann haben wir in diesem kleinen Bereich hier unten alles untergebracht. Vielleicht muss das Ding nochmal oben ziehen. Naja, das sowieso, weil das steht hier jetzt sowieso... Völlig, würde ich eigentlich hätten, was hier unten hinstellen können, ne? Oder hier so, da ist jetzt toter Platz eigentlich. Na gut, okay, das kriegen wir immer noch hin. Alles klar, das hat es gewesen für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr könnt, dann könnt ihr gerne einen Lack da lassen. Und dann ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Bis denn. Tschüss.